Wir sind wieder zurück beim Minecraft Sommerland und ich befinde mich immer noch in der gleichen Position. Das liegt daran, dass ich die Folge, die jetzt gerade läuft, quasi nach der aufgenommen habe, die heute um 14 Uhr kam. Ja, das ist ja wunderbar. Das ist Magic, Brothers. Das ist Magic. Ja! Und wir waren immer noch im Begriff, dieses wunderschöne Gebäude hier zu bauen. Aber, ich habe vorhin, als ich hier rumgelaufen bin, etwas gesehen. Und zwar das hier. Und ich frage mich, was es ist. Es ist ein Gebäude, was wir nicht zusammengebaut haben. So viel steht fest. Und es ist tatsächlich ein Klohäuschen mit 50 Cent Pottgebühr. Die Laes haben jetzt auch ein eigenes Klohäuschen. Das finde ich wunderschön. Ich weiß, wer das gebaut hat. Kennt er auf jeden Fall. Ich wollte jetzt sagen, diejenige. Äh, denjenigen. Weil ihr ihn eigentlich unter dem Namen Ali kennt. Aber eigentlich ist es ja gar kein R. Und, ähm, ja. Dieses Gebäude wurde, wie gesagt, von der guten Ali errichtet. Ja, es ist ein wunderschönes Gebäude. Es ist ein detailreiches Klo, in das man sogar hinabtauchen kann. Das ist wunderschön. Und, ähm, ja. Ich bin einfach überwältigt von der Schönheit dieses Klohauses. Auch von der Schönheit dieser Dame hier. Oder ist es ein Männlein? Ich weiß es nicht. Bist du männlich oder weiblich? Ich hab keine Ahnung. Du siehst auf jeden Fall scheiße aus. So, und hier kann man ja nochmal gucken. Es gibt doch diese Falltüren. Kann man da nicht... Wenn man die Falltür da dran klebt... Halt, ich brauch mal meinen Hut. Ja, mehr Hutten ja nix. Könnte man das theoretisch gesehen sogar so machen? Alter. Hä? Kann man... Ach so. Okay. Aber ich möchte das Bauwerk jetzt nicht, äh, verunstalten. Verunglimpfen. Es ist einfach wunderschön. Es sieht einfach... Also es ist... Und hier auch der Abfluss. Ja. Der ist einfach wunderschön. Da müssen wir auf jeden Fall dann... Soll das Kacke sein? Ich glaube, das soll Kacke sein. Das ist einfach... Es ist ohne Worte. Auch hier. Die ganze Pisse und Scheiße, das ist einfach traumhaft. Naja, ich, äh... Geh mich mal gerade kurz baden. So. Mal kurz abwaschen und dann, äh... Schnell weg da. Hier gibt's sogar einen Weg. Guck mal. Hat sogar einen Weg gebaut. Ein Weg zum Scheißhaus. Da muss auf jeden Fall noch ein Schild hin. Irgendwie zum Pott oder sowas. Denkst du dir ein Wunder, wo du hinkommst? Wahrscheinlich nach Köln. Was? Das hab ich gehört. So, jetzt müssen wir wie gesagt noch schauen. Ähm, warte mal. Ich brauch mal hier wieder. Ähm, jetzt war ich gerade am Innenausbau. Jetzt fang ich wieder außen an. Das ist ja unglaublich. Aber hier muss noch unbedingt... Das hier so hin. Ne? So, dass wir hier den Zaun quasi noch zu Ende bauen können. Ähm, warte. Das machen wir dann am besten von der Seite. Wäre ein bisschen einfacher, glaube ich. So. Huch. So, dann kommt da oben noch eine Riege drauf. So. Da müssen wir halt mal schauen. Es darf halt auch nicht zu hoch werden. Das heißt, wenn wir oben... Ich würde oben schon gerne noch so ein... Ja. Ne? So eine Arbeitsstelle für leichte Mädchen gerne bauen. Das wäre schon ziemlich geil. Das wäre schon ziemlich geil. 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 Ja. Und was eigentlich auch ganz geil wäre... Geil. Wenn wir hier oben vielleicht sogar so eine Art Balkon noch hinkriegen würden. Also hier so. Das würde dann wahrscheinlich nach bayerischem Landhaus aussehen. Aber geil wäre es trotzdem. Oder? Ich überlege gerade. Ich glaube, wir bauen erst mal oben fertig. Aus... Welchem Material ist jetzt die Frage? Das ist jetzt die spannende Frage. Aus welchem Material bauen wir dort oben die Zimmer für... Ja. Hilfsbedürftige Piraten. Die kurz vorm Platzen stehen, weil sie irgendwie drei Monate auf hoher See waren. Oder so. Weiß ich nicht. Will ich jetzt auch nicht vertiefen. Das Thema. Eine Dreierhöhe reicht ja eigentlich hier unten, oder? Ich glaube schon. Weil bei Piraten war ja eigentlich immer alles so ein bisschen kleiner. So ein bisschen, ne? Und so. Dann reicht da ja eigentlich schon fast so eine Dreierdeckenhöhe. Ich merke gerade, dass ich Hunger kriege. Wenn mein Margen knurrt. Wie ein Kätzchen. So. Dann machen wir das so. Hier irgendwie so. Verstehst du, was ich meine? Verstehen Sie? Es ist so, dass wir... Ein Gebäude bauen. Und ja... Die Bayern sind Meister. Oder so. Irgendwie. Keine Ahnung. Ähm... Wie gesagt, hier oben so ein kleiner Balkon oder sowas. Wäre irgendwie schon geil. Wo du dann die Zigarette danach genießen kannst. Ich überlege nur gerade, ob das Bordell... Ob man... Ja... Ich weiß, es gibt Tavernen, wo das direkt inklusive quasi ist. Aber eigentlich ist das ja ein bisschen weiter weg, ne? Wir hätten das auch da oben auf dem Berg irgendwie bauen können. Die alte Puffglitsche. Aber wir machen es jetzt hier. Wir machen es jetzt hier. Und wenn wir vielleicht... Also hier hinten die Rundung behalten wir auf jeden Fall bei. Hier. Und wenn wir jetzt hier den Stein weiterbauen, dann haben wir da so einen kleinen Absatz. Ich weiß dann zwar nie, was man da hinsetzen könnte. Warum sind es hier drei? Habe ich da was falsch gemacht? Da sind es drei. Ne, da sind es auch drei. Bin ich jetzt bescheu... Ach ne, Quatsch. Ja, ja, ja. Ich bin bescheuert. Das ist das Problem. Das ist das einzige Problem, was hier gerade... Ne? Aber hier brauchen wir die ja gar nicht. Wir brauchen die ja nur hier. So. Die können weg. Die brauchen wir ja nicht. So. Und das reicht ja schon, wenn das hier irgendwie so ein bisschen die Balkongröße ist. Ne? Das reicht ja schon. Es muss ja nicht... Es muss ja nicht und es soll ja nicht. Ne? Jetzt muss ich nur mal schauen, dass wir das dann irgendwie... Wie gesagt, wir müssen schauen, ob das nach was aussieht. Es soll halt auch nicht zu... Ne, es geht aber. Es geht wirklich. Kann man echt machen, glaube ich. Boah, die Framerate ist gerade übelst am Rumspacken. Warte mal. Ich mach mal jetzt für die Folge doch den Standard-Shader rein. Mal gucken, ob es dann flüssiger läuft. Weil ich da jetzt wirklich immer noch nicht so viel Unterschied sehe. Außer, dass meine Frames nicht irgendwie im Keller sind. Naja. Ich weiß sie nicht. Oh, The Legend of Zelda. Warte mal. Machen wir auf 10. Das kann man ruhig mal ein bisschen lauter machen. Das ist ein schönes Lied. Hat, 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 hat. So, hier kann man dann eine Dreierhöhe machen. Das reicht vollkommen aus. Einfach, weil wir da oben ja dann ein Dach draufsetzen. Okay, die Frames sind wieder bei 30 angekommen. Das ist wunderschön. Und hier machen wir einen so einen Stumpen hin. Einen oder gar keinen. Das ist so komisch. Ich weiß auch nicht. Ich komm mir auch nur ein bisschen verarscht vor. Ah. So. Mal gucken, ob das was aussieht, wa? Keule. Das kicken wir uns mal an. Wenn die rote Wolle nicht so aufdringlich wäre, ne? Könnte man ein bisschen rote Wolle mit reinbringen. Aber das ist mir ein bisschen zu, äh, ja. Titan. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen da drinnen auf jeden Fall schauen. Ich glaube. Ich glaube etwas. Und zwar. Dass es hier drinnen ganz schön dunkel ist. Ne. Die Treppe wird auf jeden Fall hier hochgehen. Es ist nur die Frage. Wo? Ich reiß das mal hier gerade weg. Wir brauchen halt oben noch genügend Platz zum Laufen. Treppe. Was machen wir denn für eine Treppe? Machen wir eine Stein-Treppe? Ich glaube nicht. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu übertrieben, ne? Eine Tropenholz-Treppe sieht aber jetzt kacke aus. Vielleicht nehmen wir mal eine Eichenholz-Treppe. Wie wäre es denn damit? So, wenn wir die hier so ansetzen, ne? Ja. Ich spiele schon so lange Minecraft. Müsste eigentlich wissen, dass Kies seine eigenen Gesetze hat. Hat, 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 hat. Da ist zu wenig Platz. Das finde ich kacke. So, hier wäre natürlich optimal. Aber dann steht man gleich in der Treppe. Hier würde es noch gehen. So, gerade so. Verdammt. Das war so nicht geplant, liebe Freunde. Das würde gerade noch so hinhauen. Es muss ja nicht viel Platz hier oben sein. So, so und so. Wie gesagt, ist natürlich alles ein bisschen eng, aber das ist auch, äh, gewollt. So, auch wenn das im Zusammenhang mit dem Gebäude, was wir da oben gerade bauen. Es klingt ein bisschen komisch. Weil die sind ja nicht wirklich, also... Naja, egal. So, hier oben könnte man dann noch eine Tür reinmachen. Jetzt ist das auch wieder so symmetrisch. Ja, tut mir leid. Ich bin halt jemand, der sehr symmetrisch baut bei Minecraft. Alter! Bist du verrückt? Kannst du nicht machen. Vor allem ist das ein bisschen zu laut gerade. Ähm. Ja, wie gesagt, ich bin halt leider jemand, der bei Minecraft gerne symmetrisch baut. Das tut mir sehr leid. Aber das ist nicht zu ändern. So, ich gucke jetzt gerade mal, wie es aussieht, wenn wir hier oben vielleicht... Gar nicht mal eine Tür reinmachen. Sondern vielleicht einfach sowas. Weil das sieht ja aus wie eine Höhle oder sowas. Irgendwie. Das würde natürlich wiederum auch gehen. Das fände ich schon wieder ganz cool eigentlich. Schade, dass man da jetzt nichts reinstellen kann. Das ärgert mich immer so. So, und jetzt brauchen wir natürlich noch... Jetzt könnten wir vielleicht rote Wolle nehmen. Rote Wolle. Die hier sieht nicht so aufdringlich aus. Wobei... Warte mal. Wir machen erstmal die Bruchsteine. Und dann kann man ja hier so... Ich sag mal, rote Elemente mit einbauen. Gucken, dass das hier nicht zu eng wird gerade. Was durchaus der Fall sein kann. Und das wäre dann schon wieder nicht so geil. So, wenn man das vielleicht so macht. Und dann hier so eine Einer-Tür. Ne, es geht aber vom Platz her. Wie gesagt, ist ja nicht wichtig, dass hier oben viel Platz ist. Da sind ja andere für zuständig. Verstehen Sie? Meine Dabutern. Haha. Ein Puff. Alter. So. Sind die gegenüber? Gegenüber? Ja, wo sind gegenüber? So, und dann noch Red. Das muss einfach sein. Es tut mir sehr leid. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das toll aussieht. Das gucken wir uns dann gleich nochmal an. Hm. Naja. Geht eigentlich, oder? Es kann sein, dass es ein bisschen zu viele Fackeln sind. Vielleicht machen wir nur zwei. Und zwar an den äußeren Stellen. Die in der Mitte lasse ich mal weg. Hier kommen die dann auch nochmal hin. Ist ja blöd, dass wir jetzt hier drinnen nichts mit Dings machen können. Mit roter Wolle. Aber das würde man von außen halt sehen. Das wäre sehr ungeil. Das soll man ja von außen nicht sehen. Von daher, naja. So. Joa. Also. Da oben geht's dann zur Sache. Hm. Wenn ihr versteht, was ich meine. Hehe. Verstehen Sie? Meine Dabutären. Da oben geht's um Sex. So, und jetzt überlege ich, ob wir hier draußen vielleicht... den Zaun dann trotzdem noch weiterführen. Einfach damit das so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, wie so eine Halterung oder halt wie so ein... Naja, ihr wisst schon. Halt so ein bisschen... Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Es sieht halt sehr globig aus. Aber das ist auch, wie gesagt, nicht schlimm. Also ich finde das jetzt nicht so schlimm. Dann brauchen wir noch hier das Dach. Ach, das bauen wir auch mal gerade. Und da wäre es jetzt zu überlegen, ob wir das jetzt wirklich so machen, dass hier so ein Überstand ist. Ich glaube fast schon ja. Das müssen wir bei dem Haus da hinten noch ändern. Ich will da auf jeden Fall auch einen Überhang haben. Einen Überhangmandat. Ist krass, wie da hinten immer die Orkbude aufplöppt und sie dann wieder abhaut. Finde ich irgendwie lustig. Verdammt. Nein! Ah, ich bin angedockt. Was? So, so bauen wir dann das Dächlein auf jeden Fall fertig. Und ich denke, das wird dann auch so schlecht gar nicht aussehen. Ansonsten würde ich einfach mal sagen, die Folge war jetzt ein bisschen kürzer. Das ist aber auch gar nicht so schlimm. Ich muss das ja alles noch rendern. Und das muss heute auf jeden Fall alles noch raus hier. Doppelfolge Minecraft Sommerland. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr ein paar Verbesserungsvorschläge habt. Es sieht aber eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Wir müssen dann auch noch ein bisschen mehr Piratenfeeling Hubala reinbringen. Und dann passt das schon. Würde ich einfach mal sagen, wir hören und sehen uns dann in der nächsten Folge von Minecraft Sommerland. Die gibt es dann übermorgen ganz regulär wieder. Bis dahin. Tschüss.